...gesungen wird es von Lisa. Und danach kommt das Tüte höher von Beine Dürfen an. Ja, ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, als ich vor einigen Jahren diesen Film im Kino gesehen habe. Und seitdem hat dieses Lied eine ganz besondere Bedeutung für mich. Es geht um Glauben und ich glaube und es geht um die Weihnacht. Und ich liebe Weihnachten, meine Eltern können das bezeugen. Und wenn Glaube und Weihnacht zueinander finden, dann können wundervolle Dinge geschehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018